diesen scharfen gesellen kennt ihr sicherlich schon das ist unser großer offset haken auch der einzige zum waller angeln in dieser großen größe den wir zusammen mit axdala gemacht haben und die gibt es in drei gewichten 10 15 und 20 gramm das coole ist du hast die eine richtig große fette schraube und die drehst du hier vorne in den gummi fisch hinein ich habe jetzt hier mal unseren catchet genommen und gerade wenn man über kraut fischt oder anhänger reichen stellen oder in der nähe von überhängenden bäumen ist das die absolute macht dann wird hier an der stelle wo man den haken erwartet dass herauskommt einfach in den gummi köder hinein gepiekt man dreht ihn leicht zur seite sticht dann unten vom bauch her ein und dann ist der gummi fisch fertig zum einsatz eine coole sache so ein mega offset haken